Musik Problem ist halt, wenn man Cups mitspielt und streamt, dann ist mir so ein ewig langes Delay also zwischen den Games, wo dann einfach nichts passiert und man halt warten muss Ich hab heute noch keinen Meckern wegen Cups gespielt Ah, ich mach mal kurz den E-Quest aus Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Oh my god. 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 Vielen Dank.